Hallo und herzlich willkommen zurück zum Super Smash Bros. für Nintendo 64. Nächstes Mal haben wir den guten Rutschi vergeschalten und den Captain Falcon. Wem werden wir heute vergeschalten? Pomelo oder Ness? Ness ist ein bisschen schwieriger und mit dem ist auch normal. Wow, genau. Pomelo oder Fluff ist es. Deswegen nur... Nuiuiui, Pink. So. Na gut, Schaffee ist das. Und trotzdem mal gesehen. So. Na, ich glaube trotzdem mal. Ich hoffe es hat Zeit bis es bis zu geht. Denn, Stellung, ob er auch bis sie umsteht. Ich hoffe es hat es bis sie zuhört. Luiuiuiui. Weiß ich nicht. Lengst. Drei, 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 Drei. Wir machen schon... das bei den Bildern und die... ...weiner Lebensaufzeig ist komplett. Und wir machen Hinarie schon. Schau Gingern. Kopie aus. Und nie was... ...was ich durch die Lebensaufzeige von. Wie kaputt geht's. Oh, so weit der Haube! Nach Ende! Lui Team gegen Nocci Team! Hammerzell 3,3,1 Los! Wuhuuuul Wuhuuul Bahe Jetzt geht's vielleicht, heute mach der Fäuse, damit ich gar nicht hatte partout du denkst. Jetzt geht's haben wir aus das riesige Fäuse zu schauen, dann steht das wie lange gleich Achso! Ja, war ja schon! Was ist denn die Stärke? Nö! Was? Echt Schnell! Super! Fuck! Schau da, Ronchi! Pink sich! 1, 2, 1, los! Mein Bauch ist schon! Hallo? Gibt es nicht? Ich glaub die Kette nicht zu holen, oder? Hallo? Ach! Ich bin ja zu schlecht! Ja! Okay, ich muss mich spielen! Und ab jetzt! Nein! Fuck! Oh! Wir kommen! Das wollen wir jetzt nicht zu holen! Natürlich machte ich mal Krieg, oder? Ja, sag mal! So schlecht! Das war jetzt der schlechteste Kampf! Oh, nicht mal! Also, das war von Gal-E-Multi-Gott-E Schönen Kiefer! Okay! So! Mein Luigi! Oh! Halleluja! Glückwunsch, Babel! Ja! 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 Na! Spring! Nein! Glückwunsch, Leiter! Egal! Egal! So, ich bleib! Komm zu, ich bleib! Da. Wo ist alles live? Wann bin ich nicht! Der ist nicht zu viel! Der ist nicht zu viel! Es wird so viel! Tauber! Ich mache das! Oh nein! Er kommt ja auch unter den Anruf! Das ist nicht so! Jaaa, Mann, ich will die ... 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 Abmarsch! Scheiße! Das ist schlecht! Das ist wirklich schlecht! Zwei, drei, eins, los! Warum kommt ihr nicht zurück? Echt? Kontrolle einsteck! Was für ein Pechung halt nur! Abmarsch! So ein Pech! Am Ende! Ja... Du üble! Zwei Pech! Zwei Pech! Drei, zwei, eins, los! Ja! Zwei Pech! Oh! 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 Ja! Oh mein, was sehe ich? Wie gesagt schon, ich habe keinen Fall. Ich habe mal eben der Post ins Gesicht. Leider mal so viel. Aber ich habe jetzt nicht gesehen. Oh, das war mir schon mal so viel. Wie gesagt, ich habe mir nicht. Aber natürlich habe ich jetzt auch schon mal. Ich habe noch nicht so viel bekommen. Du musst mir jetzt einfach ein bisschen kennenlernen. Ich habe noch ein bisschen Geld gemacht. Du musst mich auf einen werden lurch. Oder was ich will? Aber hier ist es wichtig! Hauptsache Was ich muss bei euch haben, schreibt es in den Kommentaren Bitte auch Leicht-Agro Über Weiß nicht mehr Ich bin Zwei 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 Halt Zwei Zwei Achtung! Achtung! Nein! Stop! Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Du meinst! Du meinst! Ich geh! Lass uns! Oh mein... Drei! Drei! Eins! No! Drei! Du sieg von der Pumpe! Oh! Nein! Nicht schon wieder! Voll bloß die du bist! Ja! Geil! Danke! Ende! Name des Vaters, so der Sohn ist! Luigi! Geil! 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 Mario! Jetzt wird's noch härter! Nein! Nein! Drei! 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 Eins! Los! Ich bin jetzt gegen Pumpe und Vanille! Drei! 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 Nein! Nein! Aufmarsch! 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 Mann! Nerf! Oh ne! Quers! Es fühlt sich aus seit ich auf schwer spiel Obwohl es auf easy Aber in easy halt so schlägt Boah hau ab! Es haut ab! Wahnsinn! Es ist halt los! Leute! Es ist halt los! Wir haben uns erstmalMy 마음 Das war jedoch noch ein wenig Ausdruck. 1 Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! 1 Start! 2 winz! 2 winz! 1 winz! 2 winz! 3 winz! Wir wollen hier auf den Dossieren. 2-3 ma traveled. Da bin ich durch. 1, 2, 1, los! Ok, Tomate geht so. Oh, schien, schien! Aura! Meine Tomate! Ja mach safe, safe state Ja, ich mach safe state, nee Entschuldigung, aber muss ja Fühlt du mich aufs Spiel? Wahnsinn Ja, mit den E2-Bellen? Nein, jetzt müssen wir es noch umschmeißen Wieso mache ich zwei mal safe, safe state? Weil, jeden Tag, schönsteine, komplett fehlen Auch hier, mein safe state Ja, keine Ahnung Ja, ich verkaufe Okay Ich habe ihn mit ihm gelegt. Es ist ein bisschen zu verletzter. Hauw! Jaaa! Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht gegen Pumelo, aber ich sage, ich mache Safe-Stick, falls ich einmal verliere, bleibt es schlecht. Safe mit Safe-Stick. Safe-Stick Money, muss ich einmal schon ausspüren. Okay, genau, ich bin bereit. Bisschen wie die Nerven kaputt auf der Arbeit. Aber ich hoffe, ich habe es mir verzeiht. Putsch wieder bei. Fui verpixelt. Aber cool. Safe-Stick. Wenn es geht Pumelo von hier ab, da bin ich nicht. Nein, nein, nein! Fertig. Ach, nein! Die Pumelo, ja, die, die gewählte. Ja, die Pumelo bescheuert. Haha, es ist ein Glück Doch ein schlechter Ok, Leute Das war's mal wieder Für diesen Part, ne? Jetzt haben wir nämlich auch noch Pumelo freigeschalten Es fehlt nur noch ein Charakter, den holen wir uns bei den nächsten Part mit Normal Mit Kippen folgen Malo, na, Fuchs, vielleicht Wie gerade schon? Nein Nein Vielleicht Nein, vielleicht Ja Ja, ich glaube, ich könnte die Pumelo So Also Weil es sich gefallen hat Auch wenn ich Gefehlt habe Und leider aufgetoppt mit einem Wart ist die Zeit hier Tut mir leid Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mich unterstützen wollt Gibt einen Daumen hoch Ich hoffe, es stellt euch den Fakt nicht Ich hoffe nicht, der wo oben links und rechts ist Ich habe gesagt, Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch, was euch gefallen hat Und sonst sehen wir uns bei den nächsten Part und bei den nächsten Let's Play Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao Untertitelung des ZDF für funk, 2017